Good morning, heute sind eine neue Infosch und eine erotisch geilen Folge. Ja, länger ist nichts gekommen, hatte in bisschen Humor und vielleicht talk ich darüber nochmal, aber jetzt reden wir erstmal darüber, dass ich reingehypt bin und die Daten, die ich jetzt erinnere, sind wirklich offiziell und keine Mutmaßung, oder hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen. Pass auf, Battlefield, Beta, Start, ganz erotisch geil, wirklich. Also da ist mir einer abgegangen, wo ich das gelesen habe, ne? Naja, da musste ich erstmal gefühlt mir ein paar Battlefield-Gameplays dann schon vorwühlen. So, am 5. Oktober, ganz wichtig, um 9 Uhr morgens ist der Beta-Prolot. Für die Leute, die eine scheiße Leitung haben, im letzten Kaffung oder sonst was, am besten 9 Uhr aufstehen, ranschmeißen und den PC laufen lassen, Digga. So, für Leute, die vorbestellt haben, wie für den Idioten hier, Digga, kann man das dann am nachfolgenden Tag, also am 6. Oktober, um 9 Uhr morgens schon reinzocken, Digga. Empfehle ich keinen, weil das mitten in der Woche, muss man Schule verschwinzen, sich freinimmen von der Arbeit, also es werden nur die Queckerzahlen. So, und dann vom 6. bis zum 8. ist für Vorbesteller und vom 8. bis zum 10. ist für jeden. So, das ist das Free Weekend. Und am 10. Oktober endet die Beta um 9 Uhr. Die haben was mit der 2.9. habe ich mitgekriegt, Digga. Hm, ich bin reingehypt. Ich werde auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall nicht direkt am Release Day streamen, weil das ist ein Mittwoch. Da werde ich mir das Game angucken, rein spielen privat und schauen, dass alles funktioniert. Ich habe keinen Bock, dass im Stream irgendwas abschmiert, deswegen. Und am 9. bis zum 10. wird es dann jeden Tag einen Stream geben. Da wird dann, glaube ich, das Freitag-Klido auszahlen, aber da ist, glaube ich, ein Stream einem lieber. Bin ich ganz ehrlich. Ja, und das wollte ich nur einmal mitteilen, weil ich muss selber sagen, ich bin selber reingehypt und es wurden sehr, sehr oft falsche Daten genannt, falsche Zahlen. Ich werde auch nochmal den Link von der Webseite, also GameStar, Lul, in die Beschreibung hauen, könnt ihr euch selber anschauen. Das ganze Bums wird natürlich auf der Map Orbital gespielt, also auf der Map hier mit dieser riesigen Rakete, Digga. Was aussieht wie bei SpaceX-X-Geklaut, Lul, kann ich mir sprechen. Bin maximal los, aber bin hyped, was da alles reinkommt. Wenn wir sehen, vielleicht ist es auch ein absolutes Müll-Game. Ja, kritisch, Digga. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Dann würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Macht nicht das, was ich nicht auch machen würde. Und dann würde ich sagen, tschö. Musik 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 mal Untertitelung. BR 2018